Also auf jeden Fall, seit ich noch ein Kind bin, hat mein Vater immer gerne so Blues, Soul, natürlich auch verschiedene Souk-Richtungen, weil wir Afrikaner, wir leben natürlich Souk und das sind ja auch meine Richtungen und ich höre immer gerne so richtig viel Funk, Pop, Rock ein bisschen, aber ich bin, sagen wir mal, auf dem Plan. Superalle, 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 Superalle.